Heute ist unser letzter Urlaubstag, morgen fahren wir wieder heim. Heute ist es sehr windig, aber die Sonne scheint, das war gut. Ich habe mich erst gesagt, wie es wirkt. Aber die Anlage ist wirklich schön, wenn man natürlich hier rausgeht, ist das die Armut nah. Man sieht das Dubai selbst, die Stadt ist natürlich mit Reichtum. Hier sind die Berge. Eine schöne Ecke. Hier kann man aber nur das Hotel anreisen, wenn man tatsächlich ein Taxi nimmt, weil Bus und Bahnanbindung gibt es hier nicht. Und nach Dubai rein dauert das anderthalb Stunden. Und das ist natürlich nicht so schön, dass man dann, aber dafür haben wir diese tolle Bucht eben. Was will man? Nur Touristik und viele Menschen oder das Meer. Und ich finde das Meer wunderschön. ... Trainieren bei ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.